Da stehe ich nun vor einem Medizinmann in der neunten Generation. Und welche Frage habe ich an ihn? Wie mein Gott näher kommt? Nein, ich will mit ihm über meine Beziehung diskutieren. Mom, wann hast du dein Leben so akzeptiert, wie es war? Oh, mein Liebling. Immer auf der Suche nach etwas. Du willst ein Jahr aussteigen? Ich hatte immer Appetit auf mein Leben und den habe ich einfach verloren. Ich will irgendwo hin, wo mich etwas in Begeisterung versetzt. Ich fahre nach Italien, dann nach Indien und am Ende des Jahres bin ich auf Bali. Ich habe den perfekten Mann für dich. Jeder hat eine kleine Liebesaffäre auf Bali. Bist du verheiratet? Jeder braucht Ehemann. Ich habe Leute so satt, die mir sagen, ich bräuchte einen Mann. Du brauchst keinen Mann, Liz. Du brauchst einen Helden. Vielleicht. Du brauchst mich einfach. Chiher estás Ski. Ich bin ich hab ihn verho obligiert. Ich bin ich hatte für miche Thinking. Ich bin ich, werfen ich mich nicht. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich.